Hi Leute, heute möchte ich euch mal meine kompletten Brenner für das kommende Silvester vorstellen und wie ihr sehen könnt sind es jede Menge. 13 Stück an der Zahl und die möchte ich euch heute alle mal vorstellen. Wie ihr jetzt sehen könnt, es gibt diese Brenner auch natürlich mit verschiedenen Anzahl von Düsen. Starten wir nun mit dem ersten Feuerzeug. Das sieht aus wie ein ganz normales Feuerzeug, ist aber ein kleiner Hosentaschenbrenner, will ich mal sagen, ein Sturmfeuerzeug mit einer Jetflamme. Die Flammengröße ist regulierbar, einfach an diesem schwarzen Rädchen drehen und schon stellt sich die Flamme ein. Das Feuerzeug ist von der Firma Nass und kostet ungefähr 3 bis 4 Euro das Stück. Ist wirklich sehr sehr dekorativ und vor allem zuverlässig. Kommen wir jetzt zum zweiten Feuerzeug. Das ist einer der neuen Teddybrenner, kostet ca. 2 Euro und ist ein richtig schönes Teil, wie jedes Sturmfeuerzeug natürlich auch wieder nachfüllbar. Das Besondere hier dran, ihr seht es im Video, es hat so eine kleine Kette mit einer Schutzkappe. Das ist wirklich ganz nett. Der einzige Nachteil an diesem Feuerzeug finde ich, diese Kindersicherung, also wenn man den Hebel betätigt, ist ziemlich schwer. Das könnte halt an Silvester oder wenn man halt Feuerwerkskörper zündet, ziemlich nervig werden. Ansonsten 2 Euro finde ich eine top Preisleistung. Das dritte Feuerzeug, was ich euch vorstellen möchte, ist ein sogenannter Triple Jet Flame Brenner. Das heißt, er hat drei Sturmflammen. Dieses Feuerzeug ist natürlich auch wieder nachfüllbar und die Flammengröße ist ebenso wieder regulierbar. Dazu einfach diese schwarze Rädchen nach links oder nach rechts drehen. Hat drei Düsen und vor allem ist es auch zuverlässig. Kostet ca. 11,90 Euro und wo ihr dieses Feuerzeug kaufen könnt, habe ich euch als Link unter dieses Video gemacht. Wirklich sehr, sehr schönes Teil. Auch vor allem geeignet, nicht nur um Feuerwerkskörper zu entzünden, sondern auch für Zigarrenliebhaber oder Liebhaber des Rauchgenusses. Ist wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Das nächste Feuerzeug habe ich von unserem Globus Baumarkt gekauft. Das ist ein sogenannter Unileight oder Brenner von Unileight. Kostet ca. 4,99 Euro. Wirklich sehr, sehr schön und sehr handlich. Auch wieder nachfüllbar und die Flammengröße regulierbar. Das Besondere ist hier wieder diese kleine Schutzkappe an dieser Kette. Wirklich sehr, sehr schön, obwohl diese eigentlich ziemlich nervt. Deswegen empfehle ich euch, reißt diese Ketten einfach ab und ihr habt einfach, ja, ihr könnt einfach ungestört zünden. Ist wirklich ein sehr, sehr schöner Brenner und ja, ob er was taugt, werde ich an Silvester sehen. Aber auf jeden Fall optisch macht er auf jeden Fall schon mal richtig was her und verspricht auf jeden Fall zuverlässig zu sein. Das nächste Feuerzeug ist wieder ein sogenannter Triple Jet Flame Brenner, also ein Feuerzeug mit drei Sturmflammen. Und hier natürlich auch wieder für Zigarrenliebhaber sehr, sehr geeignet. Dieses Feuerzeug ist wirklich sehr, sehr zuverlässig. Einfache Bedienung ist auch wieder mit Feuerzeuggas nachfüllbar und die Flammengröße ist wieder regulierbar. Einfach an diesem schwarzen Rädchen drehen. Das Besondere ist hier an diesem Feuerzeug, es hat einen schönen Metallstandfuß, steht also sehr sicher. Könnt ihr also auch gut als Tischfeuerzeug benutzen und die Bedienung ist wirklich sehr, sehr einfach und die Kindersicherung, also das ist halt nicht übertrieben. Es lässt sich wirklich sehr, sehr schön bedienen und sieht dazu noch wirklich sehr, sehr exklusiv aus. Den Link zum Kauf findet ihr natürlich wieder unter meinem Video. Das nächste Feuerzeug, was ich euch vorstellen möchte, ist ein sogenannter Plasmaleiter oder Lichtbogenfeuerzeug. Ja, wirklich ist es von der Optik her sehr, sehr schön. Komplette Metallhülle. Und ja, das Besondere hier dran ist halt, ihr könnt dieses Feuerzeug mit einem USB-Kabel am PC ganz einfach wieder aufladen. Jetzt für Zigarettenraucher gut geeignet, habe ich schon getestet. Bloß halt für Feuerwerkskörper zum Entzünden. Es geht, ja, aber die Kontakte, wie ihr sehen könnt, wo diese, wo diese Lichtbogen erzeugt wird, verrustet halt dann sehr, sehr schnell und ja, entweder in die Vitrine stellen dieses Feuerzeug oder wirklich halt nur zum Rauchen verwenden. Für Pyro eher ungeeignet. Hier seht ihr nochmal dieses USB-Kabel, wo es dann aufgeladen wird. Also ist auf jeden Fall eher ein Sammlerstück. Es funktioniert zur Not, funktioniert es halt aber auch. Kommen wir jetzt zu meinem absoluten Lieblings-Torch-Flame-Sturmfeuerzeug und zwar ist das das Modell ergonomisch, kostet 8,75 Euro und könnt ihr auch bei Ebay kaufen. Link ist wieder unter dem Video. Die Flammengröße ist regulierbar mit diesem Schieberegler, was ihr gerade gesehen habt und ja, auch wieder nachfüllbar und wirklich sehr, sehr zuverlässiges Feuerzeug. Ihr habt wirklich eine super geniale Handhabung, weil der Drücker, diese Zündung ist hinten am Feuerzeug, wirklich, also euch tut nicht die Hand weh. Einwandfreie, einwandfreies Feuerzeug kann ich jedem nur ans Herz legen. Das nächste Feuerzeug ist der sogenannte Aladin-Brenner. Auch wirklich ein sehr, sehr gutes Teil. Einer meiner Favoriten und ja, auch hier wieder nachfüllbar und die Flammengröße ist auch wieder regulierbar. Ganz einfach dieses Teil hier hochklappen und dann dieses Rädchen nach links oder nach rechts drehen und schon hast eine größere oder kleinere Flamme. Ist wie gesagt sehr, sehr zuverlässig, ein riesengroßer Drücker und vor allem eine riesengroße Düse. Dieses Feuerzeug verwende ich hier, dieses Modell, schon über drei Jahre und ihr habt es gesehen, die Düse ist ziemlich verrust, aber das Teil brennt immer noch. Es brennt und brennt und brennt. Es ist einfach nicht kaputt zu kriegen, das Teil. Preis circa ist ziemlich teuer, so um die 10 bis 12 Euro, aber es ist das Geld auf jeden Fall wert. Das nächste Feuerzeug, was ich euch vorstellen möchte, ist natürlich wieder ein Sturmfeuerzeug, das ist klar, aber dieses ist von der Firma Nass. Sehr, sehr schönes Design. Auch hier wieder nachfüllbar und die Flammengröße ist regulierbar. Ich finde, der Nachteil in diesem Feuerzeug ist einfach, die sehr, sehr kleine und vor allem dünne Flamme verrustet halt ziemlich schnell und wenn ein bisschen Wind ist, geht das Teil auch mal aus. Kann ich also eher nicht empfehlen, auch wenn es wirklich, wenn ich zugeben muss, sehr, sehr hübsch aussieht, aber greift da lieber zu einem anderen Modell. Kommen wir jetzt zu Feuerzeug Nummer 10. Wie ihr sehen könnt, ein sehr, sehr ansprechendes Sturmfeuerzeug mit rotem Gastank. Der Gastank ist halt transparent, so könnt ihr halt immer sehen, wie viel Gas ihr noch im Feuerzeug habt. Auch dieses Feuerzeug ist wieder mit herkömmlichen Feuerzeuggas nachfüllbar und die Flammengröße ist auch sehr, sehr einfach regulierbar. Ja, ich habe dieses Feuerzeug schon mal getestet und es ist gut, aber jetzt nicht überragend, weil die Flamme für meinen Geschmack und die Düse einfach doch etwas zu klein noch ist, aber dennoch ist dieses Feuerzeug in Ordnung. Preis circa 7 bis 8 Euro. Kommen wir jetzt zu Feuerzeug Nummer 11. Das ist ein, wieder ein Torchflame-Sturmfeuerzeug mit einer Flamme, ein wirklich sehr, sehr schönes Feuerzeug mit einem riesigen Gastank. Dieses Feuerzeug ist, wie ihr jetzt sehen könnt, von Silver Match, hat einen schönen Metallstandfuß, ist also auch sehr, sehr gut als Tischfeuerzeug geeignet. Ist wirklich ziemlich gut, dieses Feuerzeug. Auch hier wieder mit Feuerzeuggas nachfüllbar und die Flammengröße natürlich wieder regulierbar. Ähm, ja, Qualität ist sehr, sehr gut. Der einzige Nachteil, wie ich finde hier bei diesem Feuerzeug, ist einfach, dass dieser Drücker relativ schwergängig ist und auch ein relativ lautes Klick- oder Klackgeräusch macht, das ich relativ nervig finde. Nun kommen wir zu einem besonderen Feuerzeug, besonders deswegen, weil dieses Feuerzeug einen Pistolengriff hat und deswegen wirklich sehr, sehr gut in der Hand liegt. Äh, dieses Feuerzeug ist wieder mit Feuerzeuggas nachfüllbar und auch hier mit diesem Schieberegler am Rücken kann man die Flammengröße sehr, sehr gut einstellen. Dieses Feuerzeug ist okay, Preis-Leistung passt, kostet ca. 9 bis 10 Euro, aber es wackelt doch an der ein oder anderen Stelle halt ganz schön. Aber ansonsten ist es zuverlässig, funktioniert gut, entfernt aber vorher nur diesen Plastikstandfuß, weil er geht euch sowieso irgendwann verloren. Und beim Zünden nervt das einfach nur. Kommen wir nun zum 13 und letzten Feuerzeug meiner Vorstellung. Das ist ein größerer Unileitbrenner mit transparentem blauem Tank. Ihr seht also hier auch wieder immer diese Gasfüllung oder den Gasstand. Ist wirklich sehr, sehr praktisch, auch hier wieder nachfüllbar und die Flammengröße ist auch hier wieder regulierbar. Online kostet dieses Feuerzeug zwischen 7 und 8 Euro. Gibt es aber in manchen Geschäften halt auch für ab 3 Euro. Ist wirklich sehr, sehr gut. Hatte ich mehrfach schon im Einsatz und ja, kann ich einfach nur empfehlen.